Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge BILD2 hier in unserem neuen Projekt. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir stehen immer noch beim Händler, da geht es jetzt auch direkt weiter. Wir wollen ja ein bisschen shoppen. Ja, habt viel Spaß und ja, lasst Tipps und Tricks da in den Kommentaren, wie ihr es bisher getan habt. Wir müssen mal ein Stück zur Seite gehen. So, Herr Hackermann, ja, wir waren kurz unterbrochen durch das Telefonat. Ja, so, wir wollten ja mal schauen. Die Lomma wollten wir ja eigentlich. Ja, das wird nix. Da habe ich den Hallendach bemessen. Und von der Wendigkeit her würde tatsächlich am besten ein Joskin Dakar 6600 passen. Dann haben wir den. Mit Aufbau gerne, das kriegen wir noch hin, platztechnisch. Mit Aufbau, genau, das haben wir. Ja, Bereifung finde ich die Michelin-Bereitreifen ganz schön. Michelin-Bereitreifen kriegen wir hin. Ja. Und Kennzeichen wieder wie üblich. Ja, wie üblich. Aber halt eine andere Zahl, ne? Nicht wieder eins. Ja, dann nehmen wir eine andere. Ja. Genau, dann sind wir ungefähr bei... Nur einen oder wollen wir da zwei? Es waren ja von zwei die Rede. Ja, aber ich kann die ja nicht aneinanderstecken. Ja, ja. Das stimmt, John. Deswegen erstmal nur einen. Erstmal nur einen, okay. So, den haben wir... Haben wir noch einen Wunsch, oder? Ja, 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 ja. Ich muss nur gucken. 315.000. Ich muss ungefähr 125 übrig lassen. Das heißt, ich habe nur noch... 100... Gott, ich kann grad nicht rechnen. Ähm... Ja. Ja. Es ist jetzt schwierig. Ah, ein wunderschönen guten Tag, Mensch. Herr Schneegans, jetzt siehst du's? Ach so, hallo, Herr Ferser. Ja, schönen guten Tag, Mensch. Ich habe... Ich habe eine Frage. Ja. Wer hat denn das Verbrechen an der Menschheit dahinten begangen? Diesen pinken... Diesen landwirtschaftlichen Supergrau. Dieses pinke Ding? Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist wirklich wild, ja. Mit einem pinken Krupper? Ja. Das ist hart. Es ist doch... Es ist doch eine Sehmaschine, guck. Ach ne, eine Sehmaschine. Ja, ist eine Direktsart. Ja. Aber... Boah... Und auch noch... Da wo die Sonnenbrille aufsetzen bei dem Teil. Ach, auch noch Chrom. Ach, Hilfe. Ja. Das ist eine wilde Nummer, muss ich mal ehrlich sagen. Guck mal, so schön könnte er aussehen. So... Ja. So kann man natürlich, so schön kann man so ein Gerät verschandeln. Das ist der Wahnsinn. Sagen Sie mal, die Geräte, die hier, die Gras-Technik, wissen Sie zufällig, wo die hin verbracht wurde? Ja, das haben wir alles nach rechts rüber gefahren, weil sie haben damit unseren ganzen Platz blockiert. Naja, das war nicht ich, das war der Lieferant. Aber tut mir leid, ich fahre es gleich weg, ne? Ja, wir haben erstmal alles rüber gestellt. Was denn rüber? Was da steht? Die Glase oder was? Ja, alles, was da steht. Alles, was rechts steht, ja. Was steht da hinten auf meiner Wiese eigentlich? Auf welcher... Da steht auch noch was vom Herrn Ferser. Ja, Herr Ferser, dann würde ich mal bitten. Sie haben eine Wiese? Ja. Welche denn? Hier, das kleine. Welches? Hier. Wo ist denn hier? Wo sind sie denn? Ja, hier, ja. Hier hinten. Hier drüben, hinten, hinterm Händler. Das. Wo Ihre Sachen stehen. Aber Herr Ferser... Das ist Ihre Wiese? Ja, machen Sie sich keinen Stress. Sie können das in Ruhe abholen. Du musst auch eine Handmäher nehmen. Das wird nix... Oder soll ich mit dem Schmetterling mal schnell tun? Einmal hin und her. Ich denke, es wird so 10 Sekunden dauern. Äh... Weil ich will wahrscheinlich eher 10 Mal festfahren. Äh... Ne, super. Äh... Hallo Herr Didger. Hallo. Äh... War da kein Schwader dabei? Ach doch, da hinten. Da steht da doch. Krone. Perfekt, ja. Ne gut, alles klar. Dann schnapp ich mir die Geräte und bin gleich wieder verschwunden. Jo. Alles klar. Die melden sich einfach auf Schneegans, ne? Mach ich, wenn ich hier fertig bin, ja. Oh, gibt's was Herr Didger? Ne, alles gut. Ich bin ja nur gerade ein bisschen am gucken. Die Wiese ist ja verkauft, ne? Ne, ich habe ihm schon gesagt, er kann sich da eine Ruhezeit nehmen. Ah ja. Ja, ja. Ich muss den Herrn Hammerstiel noch anrufen. Oder machen Sie das selber? Dann bin ich ja immer weg. Äh... Mach ich selber, wenn ich die Bauern markiert hab. Ja? Oh, der ist super, super, super. Jo. Ja gut, dann viel Erfolg noch. Moment, eine Sekunde. So. Gut. Äh, wo waren wir stehen geblieben? So. Wir waren beim Shoppen stehen geblieben. Also der hier ist auch verkauft, der John Deere. Der hier? Ja. Oder ist der von euch? Der ist von uns. Weil der gefällt mir eigentlich. Ja. Aber der kostet über 100, ne? Das ist ein Vorführer. Also da könnte ich ja höchstens mit dem Chef nochmal eine Rücksprache halten. Ob er da irgendwie, ne, da es ein Vorführer ist. Ja, das wäre schön. Dann fragen Sie doch da mal nach. Ja, ich frag mal kurz nach, ne? Wissen Sie, was ich für eine Frontlider-Konsole brauche, um den normalen John Deere Frontlider da drauf zu fahren? Das ist wahrscheinlich dann die, nicht die Hauer, sondern die andere, ne? Müsste die andere sein. Ich will mal kurz schauen. Die Quickie, oder wie die heißt? Quickie, ja. Ja, das ist die Quickie. Ja, dann mit Quickie bräuchte ich den. Ja. Und, und ein passendes Frontgewicht. Da können wir dann, glaub ich, das kleinere nehmen von den beiden. Ja, okay. Ne, ich ruf noch einmal kurz an, bin sofort wieder für Sie da. Ja, ich komm, ich komm mit rüber. Ja. Was ist das denn? Was hat sich denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn das? Ein amerikanischer Bi-Transporter. Hilfe. Ah, jaja. Ja gut. Ähm. Ähm. Der 7600er da ist ein bisschen größer, aber auch länger und dadurch passt der nicht vom Handling her. Das hatte ich alles getestet. Angebote. Könnten wir mal schauen, ja. Da gibt's aber, glaub ich, nicht viel Neues. Da gibt's immer noch nur den Dicken. Das wär fast ne Überlegung wert, ey. Aber das ist ein bisschen zu krass, glaub ich, nen Häcksler. Äh. Äh. Das lass ich Formel U machen. Der Krubber, ja. Glas möchte ich nicht. Herr Schneegans? Ja. Ja. Er macht nur kurz ne Bestellung fertig und dann kommt er und bespricht das wegen dem John Deere mit ihm. Genau, super. Passt. Äh, gut. Was brauchen wir noch? Brauchen wir noch was? Ähm. Achso, ich würde den Anhänger schon mal wegnehmen. Ja. Äh, weil der muss nicht ans Feld stehen, weil da kommen Ernteaufträge. Ja. Ich komm dann gleich wieder her, ja? Ja, alles gut. Ja. Daaah. Genau ja, das ist ein guter Kore. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Noch gar nicht da Die sind noch gar nicht da Auf Feld 8 liegt kein Strom eigentlich Da ist noch gar nicht da Untertitelung des ZDF, 2020 Die Tür gäbe Das sind ganz schön viele Bäume, ja Die Tür gäbe Was für eine Tür Die Tür gäbe bei mir In dem Zustand Abzüge Welche Tür meinst du Und dann Das habe ich nicht genau rausgeholt. Naja. Was die Geräusche, was die Geräusche macht. Musso, alter Hof. Hier machen wir Parkplätze hin, habe ich mir überlegt. So, ist eigentlich ganz praktisch, dass wir hier das Türchen haben. So, dann kaufen wir jetzt einfach den 7810, wenn wir ein gutes Angebot kriegen. Sollen wir jetzt den, mach mal bitte eine, mach mal bitte eine Abstimmung. Ist ein Mod da? Ist gar kein Mod da, oder? Ich glaube, ist gar kein Mod da. Drei Seitenkipper macht keinen Sinn, weil ich nicht abkippen kann. Sowohl schräg als auch hochkantlich im Silo. Ähm. Kein Mod da. Abstimmung, neue Abstimmung. Überladewagen. Herr Schneegans? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Äh, ja, ja. Ja, ja. Ja, also ich habe mit ihm gesprochen. Er sagt, dass der Vorführer ist, würden wir eine für 103.000 ihn anbieten und GPS würden wir ihn schenken. Ui. Das ist aber ein sehr großzügiges Angebot. Abstimmung läuft. Bitte einmal abstimmen. Äh. Das würde ich so nehmen. Mit Frontlader-Konsole. Genau. So komplett ist er ja dann bei 103.000. Ja. Ein. Mit dem Frontlader-Anbau 103.000 und GPS quasi gibt es umsonst dazu. Aber beim nächsten Mal wieder schön gut einkaufen bei uns, damit wir das alles schön regenerieren können. Ja, ja. Sie sind ja Händler meines Vertrauens. Ja, das wollen wir doch hoffen. Ne, gut. Dann würde ich den nehmen. Ja. Äh. Und dann dazu noch so das kleine Gewicht. Das kleine Johnny-Gewicht. Ja. Es gab ja den Frontlader, den ich für den 7R habe. Der müsste ja da drauf gehen, oder? Der muss drauf gehen. Ja. Ich weiß gar nicht welchen wir haben. Wen haben wir denn? Äh. Den. Haben den 643R genommen. Das müsste passen. Ja. 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 Neunhunderter, ja? Ja. Ja. Geben wir. Und dann... Müssten wir nochmal schauen. Die Sache ist, ich bräuchte eigentlich noch einen Anhänger, aber... Eher, eher. Das ist so eine Sache mit diesem Silo. Da gehen fast nur Abschieber. Dann schwierig. Ja. 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 Irrige Sache. LKW mit Schuhboden könnte man machen. Oder? Fällt mir jetzt so spontan ein. Naja, das würde auch gehen, richtig? Aber da sind wir halt gleich mit ordentlich Cash im Start, äh... Ist jetzt alles schon mal gekauft, ja, gell? Das ist schon mal gekauft, genau. Und die 15.000 für GPS kriegen sie zurückerstattet von uns. Okay, dann machen sie das mal. In der Zeit müsste ich mal telefonieren. Ja, okay. Danke. Äh, Detscher. Ja, äh, Schneegans, hallo. Na schlimm. Mein Telefon, der Klingelton ist immer so leise in der Hosentasche. Achso, okay. Kennst du das? Ja, ja. Furchtbar. Aber zum Glück gibt's ja diesen... Vibrationen, das kann man ja gar nicht übersehen, ne? Ja. Überfühlen. Ja, ähm... Sie sind doch auch mein Mann, wenn es darum geht, äh... Kredit zu nehmen, oder? Ja, Herr Schneegans, da können wir was machen. Ähm... Was sind... Was brauchen sie denn? Ja, ich... Bin am überlegen... Äh... Ja, was haben wir denn... Was sind denn die Konditionen? Das kommt wahrscheinlich von der Höhe an, ne? Und, ne? Ja, auch vom Verwendungszweck, ne? Also wenn sie jetzt... Ich sag mal, wenn sie... Wenn sie Fernseher aus China einkaufen und verkaufen wollen, dann ist das Risiko ja höher, wissen sie. Und da ist die Versicherung alleine von dem Kredit, na, die... Die Ausfallversicherung und alles, äh... Können wir nicht ohne machen, müssen sie verstehen, da. Ne, das verstehe ich nicht. Wir kennen uns ja noch nicht. Ne, ich will ja aber Gott sei Dank keinen chinesischen Fernseher kaufen, also... Alles gut. Alles ist gut. Alles... Alles... Alles easy. Ja... Äh... Ne, äh... Verbrauchen sie. Ich würde gerne... Also es klingt jetzt viel, aber es ist auch eigentlich viel. Ich würde gerne eine Kuhstelle bauen und ich würde gerne einen LKW und einen Anhänger kaufen und ich würde gerne einen Ermähträcher kaufen. Ja, das klingt doch nach einer tollen Investition. Ja, das ist auf jeden Fall eine tolle Investition, da gebe ich ihnen recht. Ja. Ähm... Was brauchen sie denn da? Die Sache ist... Also haben sie mal so ein bisschen überschlagen oder so? Ja, also die Kuhstelle kostet mich eine halbe Mülle ungefähr. Millionen. Ja. Ja. Also 500.000. Die Kuhstelle... Ja, große Kuhstelle, wa? Ja, 140 Kühe. Ja. Werden die gefördert? Ne, ha? Ne. Da ist ja Massentierhaltung. Also mal. Werden andere gefördert? Ja, ich meine, wenn sie jetzt hier einen Streichelzoo machen, dann können wir da vielleicht drüber reden. Na, Streichelzoo wird es nicht, sind ja Nutztiere am Ende des Tages, aber... Ja, da wollen sie Geld mit verdienen, oder? Naja, sicherlich. Ja, und da wollen sie noch Geld von mir dazu haben. Na, jetzt kann ja sein, dass die Stadt Milchproduktion haben möchte in der Stadt und dadurch das fördert. Das gibt es ja durchaus. Ja, Milch ist gut, aber ob die jetzt von ihnen kommt oder vom Ferse, das ist Bier ja, Wumpe. Ach, der macht auch Kühe? Weiß ich nicht. Achso, okay. Ne, okay, war ja nur ne Frage, ist ja nicht schlimm, wenn nicht. Ähm... Ja, genau. Dann also ne halbe Mille für die Kühe ungefähr. Und da haben sie keine eigenen Mittel mehr. Naja, ich hab noch 200.000 aktuell, aber der Start kostet halt, ne? Also wenn man irgendwas startet, ist ja am Anfang... Ei, ei, ei. Der hat hier einfach mal ein Auto umgefahren. Das ist natürlich nicht schön. Der ist ja vollkommen verrückt. Jedenfalls, halbe Mille für die Kühstelle, dann bräuchte ich ungefähr... Der hätte ja tödlich sein, hinten von hier. Ey, melden Sie sich einfach bei mir, okay? Das wär schlimm. Ähm, dann ungefähr... Sag ich mal... 150.000... Sagen wir mal eine Million für die Geräte nochmal... Ach ne, das reicht ja gar nicht. Eineinhalb Millionen, das ist doch mal ein Wort. 200.000... Warte mal... Ist das ein... Der ist ja absolut wahnsinnig, der Ferse. Der ist ein bisschen verrückt, ja. Jetzt fällt ja mein Auto wieder auf, ja. Der ist wirklich ein bisschen verrückt, der Kerl. Aber solche Leute muss es auch geben, gell? Ja, das ist ja gemeingefährlich. Hörn Sie mal. Also, wir sind ungefähr bei eineinhalb Millionen. Und da brauchen sie als Kredit. Ja. Warte mal, ich guck mal kurz, was Kühe... Wissen Sie aus dem Kopf raus, was Kühe kosten? Wahrscheinlich ja nicht. Da sind ja Bürgermeister kein Viehhändler. Nee. Ich guck... Nö. Da müssen wir einen Viehhändler fragen, genau. Warten Sie mal. Ich guck mal kurz in meine Broschüre. Ich hab ja sowas. Ähm... Ja, also, ich würd die Summe rund machen. Dann machen wir zwei Millionen. Oh, da weiß ich aber nicht, weil so viel hier... Es ist ja alles, es sind ja alles... Also, das Geld ist ja nicht weg, außer die Tiere. Äh, das sind ja alles Sachwerte. Das heißt, sie können sich das ja, wenn ich meinen Zahlungen nicht nachkommen sollte, wieder beschlagnahmen. Das ist ja alles so. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das kommt ja nicht ins Ausland oder so. Ja. Also, ich kann das auch immer nur in die App eingeben, ne? Wissen Sie? Ja. Und, ähm, das ist ja nicht für ein Geld. Ne? Das wär ja auch witzig. Ja. Ähm, aber letztlich, ob die Bank das dann freigibt oder nicht, hängt ja wiederum von ihrer Bonität ab. Da hab ich ja auch nicht so viel zu sagen. Richtig, richtig, richtig. Ja, ich vermittle das ja auch nur hier. Ja. Naja, die Stadt, die generiert sich hier ein bisschen Nebeneinnahmen dadurch. Könnt man da Zusatzgebühr oder vielleicht sind sie so oder so schnell? Geht das recht zügig, weil das eilt? Ja, also das geht sofort, ne? Achso, sie kriegen dann sofort die Nachricht, ob's geht oder nicht. Ja, dann ist alles online und die wissen ja hier alle schon, ne? Ah, super. Ne, dann wissen Sie Bescheid, dann warte ich da einfach auf Ihren Anruf. Ja. Okay, super, dankeschön. Ich richte das gleich ein. Super, vielen Dank. Ja. Bis dann. Oh, hey, das war ein Telefonat. Hallo. Ja, so, bin soweit. Das sieht doch schon mal sehr... Oh, ist das ein hübscher Traktor, oder? Ja, auf jeden Fall. Oh, eine Herrin. Da ist jetzt GPS drauf? Ne, ja. Der hat GPS drauf. Ach, der hat nicht so einen Teller. Der hat ein anderes System. Der hat keinen Teller. Ne, ne, der hat anders. Genau. Okay, okay, okay. Genau das. Ja. Äh, und dann habe ich gerade einen Kredit beantragt. Da müssen wir erst mal warten. Da würde ich dann nochmal dazu kommen, wenn das Geld bewilligt ist. Ist so eine Ordnung. Kriegen wir hin. Okay, super. Dann nehme ich den erst mal so mit, ja? Jawohl. Danke. Gerne. Oh. Schön. Oh, ist das ein schöner Trager. Ist das ein schönes Teil. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob wir den noch spulen. Kann ich dir gar nicht sagen, tatsächlich. Jetzt testen wir gleich mal, ob das geht. Oder ob das komisch aussieht. Naja. Aber das geht doch, oder, Chat? Das ist doch okay. Die Schläuche kann man, glaube ich, nicht anstecken. Ne, dann wären sie dran. Wir haben ja keinen Manual Attach. Das geht doch. Das sieht doch nicht komisch aus, oder? Guck mal, wenn der ganz unten ist, dann ist der gerade so vorm Gewicht. Das ist doch okay. Nur für einen Fall. Ich brauche das ja nicht die ganze Zeit. So. Dann rufen wir mal bei dem anderen. Ne, der ist jetzt beim Bürgermeister. So. Jetzt stellen wir den wieder hin. Das klappt. Ah. 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 Ja, äh Schneekatz, hallo? Ja, guten Tag. Herr Herr Meferhens hier von dem L.O. Hallo. Ich soll bei Ihnen das Feld abfressen? Ja, da steht ein Anhänger. Ja, genau. Ein Anhänger steht vor Ort, und bitte mit Strohablage. Mit Strohablage, Anhänger steht vor Ort, dann bunke ich selber ab und sage Bescheid, wenn er voll ist. Super, dankeschön. Ein bisschen vorher vielleicht, dass ich... Ja, 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 das ist krass. Ja, okay, super. Alles klar. Jo, bis dann. So. Das war das L.U. Ja, schön. Dann gehen wir jetzt mal düngen. So. 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 Ich müsste noch 10.000 Liter Dünger. Räuchte ich. 10.000 Liter Dünger, jawoll. Ja. Das schafft es dann eigentlich schon, ne? Ihr solltet das schaffen, ja. Und was ist da angegeben eigentlich mit... Ach, gar nicht. Keine Person, go. Achso, warte mal. Sind Big Packs nicht billiger? Als die Kästen? Baller, was ist denn da passiert? Äh... Ah, 100 Euro weniger. Ja, siehste. Sparfox. Damit bitte einmal die Big Packs. Was habt ihr denn veranstaltet? Ich glaube, da gab es ne Überschneidung von Bestellungen. Sieht so aus, ja. Ich nehm das mal kurz weg, dass es wieder ordentlich ist. Ja, es wär nicht verkehrt. Also in der Haut möchte ich nie stecken. Äh, ne, ich auch nicht. Ja, ja. Ich warte im Büro, ne? Ja. Boah, auch sehr schick hier. Das ist ein schöner Zug. Für Tiere. Ja. 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 Leni, Servus, Flo Pro. Moin. Ah. So. Da haben wir das auch. Genau. Äh, ich überleg gerade, ob wir noch einen Striegel mitnehmen, wenn wir eh noch da sind. Ja. Ich glaube, die sind nicht so teuer, ne? Ja. Wir schauen mal. Tausend. So einen kleineren oder ein bisschen was Größeres? Weil es ja vorhin... Nee, das kann der Größere sein. Der Größere. Der Treffler. Ja. Nehmen wir den noch mit dazu. Ja. Den würde ich dann gleich noch holen, ja? Ja. Ist das alles hier, was hier steht? Ja, gell? Das ist alles, genau. Okay, super, danke. Jo, bitte. Ja, ich habe zu viel, aber ich brauche sie auf jeden Fall. Also, das wird sich schon verbrauchen. Deswegen habe ich gedacht, ich knall jetzt einfach voll und gut ist. Tintenlenkende Hinterachse ist echt schwierig. Schneegans. Ja, ja. Reden Sie, ich höre Sie. Ja. Also, ich habe Ihnen jetzt... über unseren Partner... über die Partnerbank, ne? Ja. Da haben wir jetzt so ein Dispo eingerichtet für Sie. Ja. Also, quasi so ein Kredit-Dispo. Ja, ja. Also, Kredit und Dispo zusammen. Okay. Ist ja quasi das gleiche, fast. Ja. Und dann müssen wir mal gucken, was die jetzt für einen Kreditrahmen eingeräumt haben. Das kann ich gar nicht sehen. Okay. Ja, und dann können Sie da quasi tagesaktuell sich in dem Kreditrahmen einfach bewegen. Egal wie viel, oder? Naja. Also, wir haben jetzt hier bis zwei Millionen eingetragen. Aber ich weiß nicht, ob Sie das kriegen. Achso, okay. Ja. Also, von der Stadt quasi haben wir jetzt bis zwei Millionen da angefragt. Und mehr sollte es auch nicht geben eigentlich. Okay. Und die Differenz, die kriegt man halt nicht. So was. Also, wenn jetzt was fehlt oder so. Nee. Ja, wenn Sie nur anderthalb von der Bank kriegen, dann kann ich da auch nichts machen. Okay, so verstehe ich. Alles klar. Nee, super. Dann Dankeschön. Dann probieren Sie es mal. Und wenn da irgendwie Probleme sind, dann können Sie sich ja nochmal melden oder was. Genau. Ich probiere es aus. Ja. Gut. Alles klar. Ja. Vielen Dank. Ja. Ja. Ja, Dispo und Kredit ist nicht dasselbe. Das weiß ich auch. Ja, es ist abhängig von den Feldern. Also werde ich beim Leben nicht zwei Millionen kriegen. Aber ist nicht schlimm. Dann arbeiten wir uns da langsam ran. Dann halt so. Achso, wir könnten jetzt natürlich. Wir stellen den schon mal hin schon mal hoch. Wir haben jetzt auch eh gleich aus. Die Folge ist ja schon wieder rum. Geht ja super schnell hier alles. Stellen wir den hier schon mal hin. Aber jetzt habe ich... So, Freunde. Aber, wie gesagt, das war es schon wieder von der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt gerne was in die Kommentare. Das hat wunderbar funktioniert in den ersten Folgen. Da habe ich mich riesig drüber gefreut. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Schaut bei den anderen vorbei. Die sind in der Videobeschreibung verlinkt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.